25 Stück Dann schicken wir 10 Stück nochmal auf das Tybbelchen rein Mit der einfach noch mehr Feuerkraft drauf ist Mein Bogen ist euer Wow, habt ihr gerade geschafft die 10 anzuklicken? Bereits, eure Nachschrift Mein Herr In Bewegung 10 gehen dahin und die anderen 5, 5, 5, 5 Rücken aus Die Truppen des Wolfs greifen an Es ist schlecht Es ist schlecht Aber das hier kann man glaube ich vergessen Das wäre eigentlich eine Holzverschwendung Wir sind bereit Die Goldvorräte sind zu knapp War mir schon fast klar Wir sind bereit Und los Oh Gott, ich bin so Was habt ihr vor? Für die Ehre Wie lautet der Plan? Das war so eine Dimseaktion, die ich niemals gestartet habe Oh mein Gott Ihr habt nicht genügend Gold Da hab ich verschissen Da hab ich verschissen Steht zu Diensten Die Klingeln sind Für die Ehre Ist mir egal Für die Ehre Ist mir egal Ist mir egal Gegenwehr ist zwecklos Nein Bist seid ihr verrückt? Ich glaube wir haben es nicht mehr alle Na so scheiße Es ist gemein Wir benötigen Gold Naja Und die schießen auf die Mauer Das ist schon mal gut Oh, das ist eine Öffnung Anstelle ich mir keinen Zwang an Steht zu Diensten Die Pferde sind gesattelt Sie haben keine Chance Cool Der Jäger schießt da drauf Oh mein Gott Da kommen sie In den Sattel Da hat jemand Irgendwas gemacht Alles klar Bin zur Stelle Es werden Waffen benötigt Seier Achtung Okay Bin zur Stelle Dann schicken wir die erstmal Wir sind auf dem Weg Ja So Schicksal Sie müssen ja eigentlich Eine dreifache Mauer machen Und die einfach denken Da kommt man nicht gut durch Steht zu Diensten Bogenschützen bereit Für die Ehre Angriff Eure Lordschaft Euer Gnaden So Was soll konstruiert werden Was wünscht ihr Unser Werkzeug ist bereit So ein Peck aber auch Äh, okay Das startet mich rein Mach mal ganz gut Ja Was habt ihr vor Auf sie Äh Zu viel Wie lautet der Plan Boah ich rede doch bestimmt für wenige Aber es ist irgendwie so Concentration Mein Bogen ist euer Mein Herr Eure Gnaden Ja Schickt mal aus Mach mal bitte Was soll konstruiert werden Melkbottich wird bemannt Was wünscht ihr Melkbottich wird bemannt Unser Werkzeug ist bereit Gebt uns eine Aufgabe Schlecht Wie können wir helfen Das wird ihnen einheizen Zu Befehl Stets zu Diensten Gegenwehr ist zwecklos Ah Wo fang ich jetzt an Das mach ich jetzt hier Der Feind ist bezwungen Oh mein Gott Die Klingen sind geschärft Oh Nun dann gehen wir Uiuiui Stets zu Diensten Ähm Achtung Gut Wir haben da so ein bisschen was verloren Ist aber halb so wild Ist ja schnell wieder aufgebaut Ihr könnt das nicht dort platzieren Zur Stelle Ah guck mal Der Amt schon steht Achtung Im Laufschritt Euer Gnaden Eine Botschaft des Wolfs Könnte mir vielleicht irgendwer Diese Pestbeule vom Hals schaffen Ja ja Halsmaul bitte ganz kurz Wir benötigen Steine Ihr habt nicht genügend Gold Okay Steine Äh Gut Ja ne Wir brauchen eine Treppe Wichtig Was sich da ihre scheiß Pechbottiche holen Was soll konstruiert werden Pechbottich wird bemannt Weil wir brauchen Pechbottich wird bemannt Unser Werkzeug ist bereit Pechbottich wird bemannt Ist ziemlich wichtig gerade Ähm Ja gut ne Scheiße Oh Gott Oh Gott Äh Machen wir da noch eins hin Dann hier einmal zumachen bitte Und dann brauchen wir noch Auf jeden Fall einen zweiten Stall gleich Aber wir müssen irgendwie was zu verkaufen haben Will ich aber auch gar nicht Weil ich möchte auch hier die Schwerter Wir sind bereit Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin Euer Gnaden Runter so auf 50 Wir sind bereit Es werden Rekruten benötigt Seier Wir folgen euch Herr Für Letzte Chance Müssen wir machen So Ne Klingt gut Dann brauchen wir Pferde Aber erstmal neues Pech Das wird nackt Oh Gott Ah guck mal Jetzt haben sie sich da Gebt uns eine Aufgabe Heiß wie die Hölle Können wir helfen Pechkessel wird besetzt Eure Befehle Wo sind sie denn jetzt hingegangen Und los Äh Achta Euer Gnaden Was soll konstruiert werden Geh am besten Äh Die Pferde sind gesattelt Sire Steigt auf Brüder Auf die Rösser Oh interessant Bin zur Stelle In den Sattel Geil wir haben ne Reiter Steigt auf Brüder Auf die Rösser Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord Ach ihr habt auch schon als Pechkessel Interessant Dann brauchen wir noch Eine Botschaft des Wolfs Wir erreichen eure ewigen Einmischungen Diesmal werdet ihr sterben Oh jetzt habe ich den letzten Angriff gleich Oh ja Wenn es sein muss Dann Bewegt mal deinen Arsch hier hin Du musst mal schluss Ha Ja Bogenschützen bereit Wieso passt das da nicht Vielleicht weil da so viele Soldaten draufstehen Können wir es so daran hängen Oder einfach nur weil ich sie durfte platzieren Ja Sie durfte platzieren Das ist es Daran hat es gelegen Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Euer Gnade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Was wünscht ihr? So Unser Werkzeug ist bereit Belagerungsgeräte bemannt Gebt uns eine Aufgabe Belagerungsgeräte bemannt Ja dann lauft mal los Ihr kleinen Bin zur Stelle Es werden Waffen benötigt Sire Mein Bogen ist euer Und Mein Herr Marsch Ich bereite dich schon direkt darauf vor Dass die da so müssen Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt Ja gut Die Goldvorräte sind zu knapp Sire Wir müssen was verkaufen Die Truppen des Wolfs greifen an Das war vielleicht der letzte Eingriff oder? Ja Deswegen scheiß drauf aufs Gold Wo munten Stall Wir sind bereit Wir müssen was verkaufen Ihr habt nicht genügend Güter Ihr habt nicht genügend Güter Dann hau mal rein Wir sind bereit Na komm Es werden Rekruten benötigt Sire Wir stehen zu Diensten Scheiß auf Rekruten Einer für alle Ich lasse jetzt den ganzen Wert auf die Schwert Vorwärts Männer Was habt ihr vor? In den Sattel Sie haben keine Chance Wie lautet der Plan? Für die Ehre Zu Befehl Auf sie Auf sie mit Gebrüten Gegenwehr ist Sie klingeln Sind geschärft Okay 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 Das haben wir Lebt nur noch zwei nach Ich muss mal ganz kurz Nein falsch angeklickt Das hier Pechkessel Da ist eine Sache nicht ganz richtig hier Wir können ja gar nicht mit Feuerpfeilen schießen Was soll denn das? Bin zur Stelle Ah geht doch Gut Stets zu Diensten Wir sind bereit Es werden Rekruten benötigt, Sire Was wünscht ihr? Tja Rekruten Sie haben Die Pferde sind gesattelt Oh Gott Was habt ihr vor Sie? Wie lautet der Plan? Wer ist zwecklos? Ah so viel Steigt auf Brüder Auf die Rösser Sie haben keine Chance Stets zu Diensten Die Klingen sind geschärft Ich mache gerade ein Absicht auf die Geschwindigkeitszähne Die Pferde sind gesattelt Hauptsache die wieder Wir haben den Sattel Kurz Gegenwehr ist zwecklos Sie haben keine Chance Stets zu Diensten Die Klingen sind geschärft Die Pferde sind gesattelt Jawohl Was habt ihr vor? Punkt Nummer 1 haben wir geschafft Steigt auf Brüder Sie haben keine Chance Auf auf Stets zu Diensten Es werden Rekruten benötigt sein Achtung Wie lautet der Plan? So ihr zwei geht ebenfalls Da Auf die Rösser Zu Befehl Der Anbruchsschütze wandert Da Vorwärts Weil ihr keine Belagerungslaufen mehr habt Und auch keinen Tüllengräber Hängt ihr jetzt da fest Stets zu Diensten Die Klingen sind geschärft Dann können wir jetzt ein bisschen Die Geschwindigkeit hochdrehen Ja Feuer gefällig Oder nicht Es war zu spät Die Pferde sind gesattelt Stets zu Diensten Alles klar What the fuck? Seid gegrüßt Und los Okay Bogenschützen Feuer gefällig Feuer gefällig Einmal mal draufschütteln Ich habe mich verbrannt Einfach draufkippen Was soll konstruierter gestern? Was wünscht ihr? Geht gar nicht Aber war ja die Treppe Wieso konnte die denn nicht Ach so Weil es zu ist Unser Werkzeug Ist bergäng Vielleicht Ja Gut Waffen geschultert Dann haben wir noch Ein Armusschütz Aber ich muss auch sagen Irgendwie haben wir auch Genug Waffen Um uns zu verteidigen Was ich schon mal sehr gut fand Mein Bogen ist euer Feuer gefällig Sehr gut sogar Feuer gefällig Feuer gefällig Ja wunderbar Wow Das waren deren Reiter Gebt uns eine Aufgabe Heiß wie die Hölle Wie können wir helfen? Ich habe mich verbrannt Dieser Gestank Erst hat er hochgelaufen Was soll konstruiert werden? Gebt uns eine Aufgabe Wie soll konstruiert werden? Der läuft bestimmt da rein, oder? Nein Aber der steht Wieso nicht Nein Jetzt hat er da raufgeklebt Euer Gnaden Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? Vielleicht ist er das rot Unser Werkzeug ist eine Aufgabe Wie können wir helfen? Jetzt gehen wir weg Ich bin weg Was ist sie? Was ist sie? Was habt ihr vor? Auf hier Wie lautet der Plan? Auf sie Rausrennen hier Und so Zu Befehl Euer Gnaden Alles Gute Kommt von oben Verbrennt Steht zu diensten Los Hörs Die Klingen sind geschärft Ja Ja Die Burg Hat Stand gehalten Jawohl Oh guck mal Dahinten hätten wir noch ein paar Scherde Wir sind bereit Okay Die kann man sogar wirklich auf normal spielen Die wäre machbar Die hat mir jetzt irgendwie schwerer vorgestellt Das war Kann auch sein Dass ich nur auf leicht spiele Und total ein Nubi bin Aber Trotzdem Nee Hab ich mir trotzdem irgendwie schwerer vorgestellt Muss ich zugeben Eine Botschaft des Wolfs Dafür werde ich mich rächen Weil ich muss auch einiges anfackeln Und die ganzen Pechträger Und alles ein bisschen zerstört Aber Wir sind siegreich Seien Sonst Ihr habt zwar die Grafschaft gesichert Doch der Wolf konnte sich mit vielen seiner Anhänger aus eurem Griff befreien Hey Wolf Was geht Wolf Das sehen wir in der nächsten Folge Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss